Was ist das Ding da? Das macht auch keinen Sinn. Jetzt muss ich wieder in die Hocke. So. Okay, speichern wir mal. Zack. Kommen wir weiter. Joa, äh... Wenn der drüben ist, drunter Mine aktivieren. Naja... Das hat jetzt so nicht funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay. Aber ich hätte gedacht, vielleicht sieht er mich auf Augenhöhe nicht. Kannst du dich da hängen lassen? Klappt ja auch nicht. Nein, 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 nein. Das funktioniert so nicht. Dann muss er vielleicht direkt wieder rauf. Ja, ja, er war noch zu nah dran. Dann muss er mal kurz hier stehen bleiben. Oh, ja, die ist safe. Hier ist ja auch wieder so ein Kreis. Ich habe nur noch einen Vogel. Hey, warum kann ich jetzt nicht entkommen hier? Hä? Was war das denn jetzt? Bin ich jetzt entkommen? Na ja, macht ja keinen Sinn. Hä? Ich verstehe gerade nur Bahnhof. Ui, ich laufe weg. Nein, das macht natürlich keinen Sinn. Aber was ist jetzt hier gerade passiert? Ähm. So, schnell laden. Dieser Spielstand wirklich laden. Die Augenblicke Fortschritt geht dabei verloren. Ja. So, ne, ich muss den richtigen Knopf drücken. Ist ja nicht schlimm. Wir können ja sofort wieder dahin. Aber jetzt ist mein, 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 mein Ding. Das habe ich gar nicht gespeichert, ne? Dass ich ihn gekillt habe. Na egal, kriegen wir hier nochmal hin. Ja. 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 Ich hätte eigentlich gedacht, ich würde die Mine scharf machen. Hat er aber nicht. Ja. Das war jetzt doof. Ich habe vergessen, wenn er runter geht, dann macht er ja auch hier den. Äh. Uäh. Und dann hört der das und dann... Der muss aus dem Bild. Ich hätte eigentlich nur noch der links hoch. Warum drückst du den scheiß Knopf nicht? Jetzt habe ich ihn eben anders gemacht, dass er den Knopf gedrückt hat. Oh Gott. Drück doch den scheiß Knopf, ey. Drücke ich die falsche Taste? Ja. Ich glaube, ich drück den falschen Knopf. Dann macht der Abe natürlich auch nicht das, was ich will, wenn er, wenn ich ihm das Falsche sage. Ja. Das war jetzt wieder nicht geplant. Mann. Aber ich glaube, ich soll gar nicht darauf. Geht doch! Lauf! So. Gut. Dann gehen wir jetzt hier rein. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich muss hier rein springen. Okay. Lassen wir das da links die Ecke. Ich habe irgendwie gesagt, da könnte man auch höher gehen. Aber anscheinend ist dem nicht so. Aber interessant ist jetzt auch. Da war dieses Sprungtuch war. Das haben wir jetzt nicht machen können. Also wenn da was fehlen würde. So. Weiter gehen. Spring! Spring! Mach ihn in die Fresse. Hey, Tom! Hallo! Everybody! Follow me! Okay! Show me! Wir probieren uns hier einfach mal. Wir probieren uns hier einfach mal. Zack! Ein Problem gelöst. Einfach mal genommen, ne? Wir probieren uns hier. Weil wir wollen ja hier eigentlich auch noch zu dem Kreis. Was? Okay, wir probieren wir weiter. Schauen wir mal. Was wir mit dem so machen können. Hm. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Warte, 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 warte. Obwohl, ich finde das alle lustig. So, durch da mit euch. Ey, du da oben auch. Komm runter. Das ist eine große Frage, was sollen wir noch machen? Nee, da kommen wir nicht mit rein. Auf da. Ja. Komm, welche denn da hin? Bin ich wahrscheinlich, ne? Ja. Fehlt irgendwie der Schalter, um da runter zu kommen. Ist nichts. Das ist wirklich schwer. Das ist unsere Arbeit. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Hm. Die Vögel weg. Ja, dieser eine für den Boden wird schreien. So, okay. Ich musste anscheinend hier rein. Habe ich die gerettet? Und komme da wieder raus. Irgendwie komisch. Ich habe das irgendwie nicht so ganz gestaltet. Ah, das war so ein... Aha. Das war quasi so ein Zusatz. Ich kann hier noch ein paar Leute retten. Bevor jetzt hier irgendwas respawnt ist. Okay, ist nicht. Aber das heißt auch, die scheiß Mine da oben ist ja wieder da. Ich frage, ist jetzt die wieder aktiv? Verdammt, die ist wieder aktiv. Kann ich die aufheben? Kann ich die aufheben? Nein! Ich hätte gehofft, dass mich das Ding da nicht stört. Also, ich muss eigentlich doch da hoch, oder? Na, ich wollte eigentlich in die Hocke. In die Hocke wollte ich doch. So. Ja, da kriegst du mich nicht. Wow. Also, da weiß ich jetzt echt nicht, wie ich das Timing besser machen soll. Da war nicht nah genug an der Wand. Moment. Los. Warum bin ich jetzt gegen die Wand geklatscht? Eben bin ich auch nicht gegen die Wand geklatscht, als ich gerollt habe. Also. Hat eigentlich keinen Unterschied, ob ich die Rantaste drücke oder nicht beim Rollen. Ah, Alter! Ja. Das eben bin ich doch auch da so, äh, stehen bleiben können. Weiß noch nicht, wofür die Mine da ist. Komm nicht an die Wand ran. Ist das stehen geblieben? Ja. Rauf. Ne. Wenn ich dann langsam rangehe, bin ich zu langsam, dann kommt die Mine direkt gegen mich. Ich kann jetzt auch jederzeit wieder da. Da rein, ja. Die kann ich auch nicht mit der... auslösen, ne. Ja. Na toll. Ja. Einfach wegrennen, macht ja hier auch keinen Sinn. Ja, ja. Ja, ja. Aber wenn ich jetzt... Boah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Nein! Ach, das war so klar. Ich glaube auch nicht, dass ich in die Richtung muss, sondern eher in die andere Richtung. Ich wollte drüber springen versuchen. Würde das denn mit dem richtigen Timing überhaupt möglich sein? Ja, das klappt. Also drüber springen, klappt. Das müssen wir jetzt nur zum richtigen Zeitpunkt machen. Nein! Nein! Ah! Weil... Ob ich ja nur eine minimale Verzögerung eigentlich... BOOM! Das war einfach zu früh gesprungen. Nee! Zweimal drüber springen. Das klappt. Das ist so... Assi, ey! Warum bleibst du denn da noch... Sekunde stehen? Nach dem Springen. Weil... Vielleicht mit Rollen dann. Wegrollen. Hätte das jetzt klappen können. Also ich finde das schon nicht einfach hier. Nein! Warum springst du denn? Du solltest doch wegrollen! Warum springt der denn auf einmal auf A? Ah! Das verstehe ich jetzt nicht! Halt einfach die Visage da! Voll rein, ey! Ja, das war zu früh. War nicht nah genug dran, zu früh gesprungen. Ah! Jetzt hat er wieder diese scheiß Verzögerung gemacht. Oh, ich bleib einfach erstmal stehen und warte, bis mir die scheiß Mine gegen die Birne fliegt. Boah! Unter! Unter! Keine Chance. Der ist viel zu lahm, ey! Der ist viel zu lahm, ey! Tue.